Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mordvorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen es jetzt den Fendt 900 Vario S4 an, Version 1.0. Das Ganze kommt von, naja, da gibt es unterschiedliche Aussagen. Offizielle Credits sind Eberhard und Schwanzmaulwurf, auch ein sehr wilder Name. In der XML steht allerdings Giant Software, RC3D, Unofficial Bauarbeiter und Hannes M. drin. Während es nun am Ende des Tages ist, das weiß nur der liebe Gott und der spricht ja bekanntermaßen nicht. Deswegen werden wir uns wohl leider Gottes nie herausfinden. Aber wie auch immer, Version 1.0, wie gerade eben schon gesagt, leider nur für PC und Mac. Einmal in der Kategorie Fahrzeuge und Großtraktoren zu finden. Hier haben wir das gute Stück Fendt 900 Vario. 305 Phase Standard angegebene Leistung. Wenn wir das Ganze kurz hier mal gegenchecken, haut es so weiter auch hin. 600 Liter Diesel, 60 Liter AdBlue sowie 60 kmh maximale Fahrtgeschwindigkeit. Anschaffungspreis 272.000 glatt in der Anschaffung und 13.872 im Leasing. Drei Farbkonfig-Blöcke, Felgenfarbe, Designfarbe, Hauptfarbe. Felgenfarbe sollte selbsterklärend sein. Fendt Rot, Fendt Weiß bzw. generell Weiß, Beige, Schwarz und hier keine Zuordnung. Hauptfarbe ebenfalls Fendt Classic Green, Naturgrün, Tannengrün, Petrol, Black Beauty, Rot, da haben wir auch dieses Redcat Rot, Grau, Naturgrün und New Green. Und die Designfarbe, Weiß, Grau und Schwarz. Dabei ist die Designfarbe vorne, das Designding, kommen wir später dazu. Ansonsten haben wir mit Reifenversteller, Reifenvariante, Design, Design, Motorausführung, Auspuff, Blende, Ausführung und Grill. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Konfig-Blöcke. Wir haben standardgemäß Drelloburg mit Reifenvariante Standard. Das Ganze gibt es mit Radgewichten, Breitreifen und dann verließen sie ihn dementsprechend auch schon wieder. Michelin Standard, Radgewichte und das ist es auch schon wieder gewesen. Mitas Standard, dann haben wir hier den Vario Grip mit dabei, Radgewichte und wiederum Standard. BKT Standard, Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichten und wiederum Standard. Und dann sind wir auch schon wieder bei Drelloburg angekommen. Design gibt es einmal ohne und einmal mit Warentafeln. Design Nummer 2 gibt es einmal Standard, dann Rundumleuchte links, Rundumleuchte rechts oder Rundumleuchte links und rechts. Weiter geht es zur Motorausführung, 930 Vario, 933 Vario, 936 Vario und 939 Vario. Heißt 305, 305, 376 oder 396 PS maximale Leistung. Auspufflende gibt es einmal eine Standard und eine verchromte, kann man schwer erkennen. Ausführung, Power Design und Power Plus Design. Ihr seht, da wird der Monitor da drinne dementsprechend größer. So, und den Grill gibt es einmal als Standard und einmal als Designline. Und die Designline könnt ihr, wenn ihr hier einmal schwarz drückt, seht ihr, da ändert sich jetzt in dem Falle erstmal gar nicht so viel. Das hat nämlich damit in dem Falle nichts zu tun, sondern das ist oben das wunderschöne Dach. Die Designline bleibt leider Gottes grau, aber wenn das so im Real Life auch so ist, why not, why not. Schauen wir uns das gute Stück in dem Falle mal mit an. Wenn ihr alle Funktionen nutzen wollt, braucht ihr Simple iZ. Macht das schon mal hier aus. Wir haben hier TrelloVox 600, 70 A34 vorne, 710, 75 A42 hinten. Wir haben vorne normale Fahrtleuchten, 3-Punkte-Aufnahme mit dabei, soweit so klar. Fens steht vorne mit dabei am Kühlergrill. Wir haben hier vorne Kennzeichen LSVF, FV, so rum 930. Ansonsten oben hier Arbeitsleuchten, hier noch zusätzliche Scheinwerfer mit dran. Die haben überall diese blaue Abdeckung hier hinten mit drauf. Warum auch immer, ihr seht das hier oben auch, aber wird seine Gründe mit haben. Wir haben hier Fendt 939 Wario mit dabei stehen. Sieht soweit auch gut aus. Dann haben wir einmal hier noch so eine Art Warnaufkleber. Den kann man relativ schlecht erkennen, weil er weit weg ist. Wir gehen mal deutlich näher dran. Da seht ihr das Ganze hier. Schröder-Gruppe. Bestimmt ein LU-Unternehmen, irgendwas in der Richtung. Ihr werdet es wissen. An unseren gegenüberliegenden Seiten das gleiche in grün. Warntafeln hinten eingeklappt. Wurden nochmal Kennzeichen. Arbeitsleuchten viermal oben. Dann zwei zusätzliche hier unten. Bremslichter Blinker und hier hinten halt die üblichen Anschlüsse. Wir haben überall Kollisionen. Das heißt, wir glitschen hier nirgendwo durch. Das ist schon mal schick schön. Der Innenbereich sieht eigentlich offiziell so aus. Sprich, das Lenkrad ist hochgeklappt. Ich nehme es jetzt mal runter. Fens steht mit drauf. Lässt sich nach links und rechts ohne Probleme bewegen. Deswegen, ihr seht ja beim Lenken, das sieht so im Außenbereich jetzt weniger so aus. Aber ihr seht das Ganze so hier, diese Kornflügel. Die gehen da hier so, so, ne? So, so. Ob das ein Fehler ist oder ob das so gewollt ist, das weiß ich nicht. Das werdet ihr am Ende des Tages wissen. Ist mir doch aufgefallen. Ansonsten Spiegel links, rechts, da und so weit hin. Rückspiegel ebenso. Ansonsten halt hier drin alles, so wie man es halt kennt. Wir haben jetzt die Plus-Variante. Also sprich, wir haben den größeren Monitor mit dabei. Wir haben hier ein Handy. Ist auch ganz nett, so als kleine Dekorationszwecke, wie ihr hier seht. Irgendein Lied oder whatever, was das sein soll. Aber halt recht nett. Ansonsten Decke war ein bisschen matschig, aber es geht. Ansonsten hier noch Logo von Fendt mit drauf. Ja, Reservesitz. Und dann verließen sie ihn dann dementsprechend auch schon wieder. Generell an sich nicht verkehrt. Wie gesagt, hier und da kleine Unschärfen. Aber ansonsten vollkommen E.O. Wollen wir uns mal einen Sound an? Ja, kann man in dem Sinne kurz halten. Das ist ein schnelles 19-Standard-Sound, aber besser so, als wie irgendwas komisches. Ihr wisst ja, wie meine Meinung dazu ist. Thema Funktionalität. Ihr seht, eine Hand ist am Lenkrad, die andere Hand ist am Joystick. Man könnte auch sagen, am Joystick mehr oder weniger direkt. Ihr seht, wenn der Joystick vor- und rückwärts geht, unsere Hand bewegt sich da leider Gottes nicht. Mit dem Beinchen hier in dem Fall wird gearbeitet. Das ist soweit recht schick schön. Ansonsten, der Joystick bewegt sich halt. Nur die Hand passen leider Gottes nicht dazu. Spiegel sind soweit. E.O. sind auch in ihrer Form. Sind soweit sogar ganz gut eingestellt, wie man sieht. Können wir noch ein bisschen akkurater machen mit dem Spiegel-Mod. Aber eigentlich ist das soweit in Ordnung. Ansonsten ist hier vorne das Übliche, was wir jetzt auch schon mal so und so gesehen haben. Links RPM, rechts KMH. Ist soweit mit dem Tacho synchronisiert. Pfeil nach vorne, Pfeil nach hinten, je nachdem wie wir fahren. Blinker sind da vorne mit dabei, alles schick schön. Der Monitor selber hier dient mehr oder weniger nur zur Dekoration. Ihr seht das Ganze, wenn ich hier irgendwas einstelle, Tempomat oder Co., passiert da gar nichts. Das ist reines Deko-Objekt. Gehen wir einmal in die Nacht rein. Sehen wir, der Monitor selber ist ja logischerweise beleuchtet, gibt ein Bild was ab. Das Handy by the way auch, ist ganz nett, so wie hier vorne. Wenn ich selber gerade Licht anschalte, werden aber hier noch einzelne Elemente mit beleuchtet. Hier oben jetzt gar nichts, aber hier vorne durchaus, das ist ganz nett. Wir haben auch ein Icon, wenn Licht an und Licht aus ist. Aber jetzt die weiteren Arbeitslampen in dem Falle leider Gottes nicht. Joystick und Co. aber auch mit dazu. So, im Außenbereich, Tagverlicht haben wir ein Modell hier noch nicht mehr dabei. Wir haben vorne Blinker, hinten Blinker, reflektieren soweit auch am Boden. Alles kein Problem, die rundum leuchten, sind soweit auch schick. Wenn wir hier kurz ein Bild rückwärts ranfahren, seht ihr, die reflektieren soweit auch. Ansonsten haben wir normales Fahrtlicht, vorderes Arbeitslicht und hinteres Arbeitslicht. Diesmal aber umgekehrt, also sprich einmal, zweimal, dreimal. Numpet 5, Arbeitslicht vorne, Numpet 6, Arbeitslicht hinten. Funktioniert soweit auch ohne Probleme. Rückwärts leuchten, haben wir in dem Fall ja nicht mehr dabei. Bremslichter funktionieren, Kennzeichenbeleuchtung eben auch. Hube. Mal was anderes, außer diese Standorthuben, die wir bis dato kennen, auch ganz nett. Irgendwelche Spielereien, ja, neben Simple IC können wir hier die Fahrtrichtung wechseln, Steuerung links B. Einmal gedrückt halten, ne, wir wechseln den Sitz, beziehungsweise der Sitz dreht sich und schon können wir dementsprechend so rumfahren. Ne, kennen wir ja mittlerweile auch schon alles. Animationstechnisch gesehen, auch da alles sauber. Ansonsten Simple IC, Tür auf, Tür zu. Oben rundum leuchten, auf, beziehungsweise ab. Dann hier am Außen, beziehungsweise von den Warntafeln her selber, können wir jetzt hier im Innenbereich nichts weitermachen. Ihr habt es hier schon gesehen, Lenkrad hoch, Lenkrad runter. Dach öffnen, Dach schließen. Wir können hier den Monitor etwas zur Seite nehmen. Ne, das ist ganz nett. Wir können hier oben in den Dark-Modus schalten. Ne, dass das uns nachts theoretisch gesehen nicht so blendet. Dann haben wir hier einmal die Warntafeln mit dabei. Dann seht ihr, dann geht ihr hier drüben auch mit dazu. Habt aber nur da einen Point. Hinten die Heckscheibe, die können wir einmal hier öffnen. Geht auch ohne Probleme. Zack, ne. Und dann haben wir alle Funktionen im Innenbereich durch. Im Außenbereich gibt es jetzt nicht so viel. Hier vorne dieser Punkt, ne, öffnen, schließen. Wenn wir das Ganze wollen. Ansonsten können wir logischerweise auch von außen die Türen öffnen. Hier hinten ist jetzt erstmal nichts weiter. Und hier vorne halt der Point, um das ganze Ding aufzumachen. Ne, so weit, so klar. So schick, so schön. Das ist es dann mit Funktion auch schon gewesen. Vollkommen ausreichend. Ansonsten haben wir 60 kmh offiziell angegeben im Shop. Wir erreichen laut Tacho 65 und machen das Ganze auch, ne. Auf und da, ja, kein Problem. Ansonsten, Fahrflüssig ist soweit alles normal. Ihr werdet in meinen Augen keine anderen Auswirkungen im Vergleich zum Standardspiel feststellen. So, dann machen wir mal wieder hier unser übliches, ne. Wir haben vorne ne Dings, gell. Genau, haben wir. Dann holen wir uns nämlich mal hier ein Mähwerk noch dazu. So. Das Ganze auch dementsprechend mal so haben. Äh, das ist alles schick schön. Ansonsten einmal über die Bordsteinkanten. Ne, nimm da wie ein großer, äh, riesen Ding. Äh, ist ja klar, dass den das nicht großartig juckt. So, einmal vorwärts, einmal rückwärts, einmal ankoppeln hier. Zack. Dann einmal hinten dran. Ihr seht, da unten in dem Fall ist man dabei. Dynamische Kabel ebenso. Animationstechnisch hier hinten auch alles sauber. Einmal hier vorne, das gleiche in grün. Ne, ihr seht, selbst der PTO-Anschluss passt soweit alles. Bleibt am Ende des Tages noch der Lok übrig. Und da sehen wir, ja, ist sauber. Ne, muss man sagen, ist sauber. Passt soweit. Wir reden hier circa von, glaube ich, 30, 40 MB, so über den Daumen gepeilt. Soweit auch IO. Kann man jetzt nicht viel verkehrt machen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke wiederum fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, hau da ranne. Tschüssigowski. Tschüss, tschüss.